Willkommen zurück! Ich habe schon viel gehört über den Chat-GPT, eine KI, die einem fast jede Frage möglichst intelligent beantworten kann oder auch je nachdem mit was für Informationen man sie füttert, Lieder, Geschichten, Songtexte schreiben kann, ja. Und wenn der Aro vor zwölf Jahren schon Let's Play Akinator spielen konnte, sind wir hier jetzt irgendwie ein paar Generationen weiter und ich gucke mir das mit euch zusammen an im Let's Play Marco-Style, ja. Ja, ich habe es noch gar nicht gemacht, ich schreibe mal rein. Hallo! Soll ja eine Art Chat sein, nicht wahr? Könnt ihr das gut sehen? Könnt ihr das gut erkennen? Meine Kürzel sind LA für Let's Play Marcus. Da kommt ja gar nichts. Ah, da geht's los. Wie kann ich dir heute, ist es euch, ich kann es euch ein bisschen größer machen, größer machen, naja, so ist besser, oder? Jetzt sollte das Bildschirmformat besser passen. Aber der redet ja Englisch, ich dachte, der kann Deutsch. Kannst du auch Deutsch reden? Ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Wie kann ich dir helfen? Wir müssen erstmal, wir fangen mal sanft an, ne? Erzähle mir von... Donkey Kong. Was weiß er? Ich denke mal, gefüttert mit Informationen aus dem Internet. Donkey Kong ist eine der bekanntesten Videospiel-Franchises von Nintendo. Das Spiel wurde erstmals 1981 veröffentlicht und wurde schnell zu einem Klassiker. Das Spiel wurde von Shigeru Miyamoto entwickelt, der auch für die Entwicklung von anderen ikonischen Videospielen wie Super Mario Bros. und The Legend of Zelda verantwortlich ist. Das Spiel handelt von einem Gorilla namens Donkey Kong, der entkommen ist und Marios, damals bekannt als Jumpman, Freundin Pauline entführt hat. Mario muss sich durch eine Reihe von Platform-Levels campen, um Pauline zu retten und Donkey Kong zu besiegen. Das Spiel wurde aufgrund seiner innovativen Spielmechanik, des Charakterdesigns und des Soundtracks schnell zu einem Erfolg und legte den Grundstein für die gesamte Videospielindustrie. Donkey Kong und seine Charaktere wurden zu einem wichtigen Bestandteil der Popkultur und sind heute noch in vielen verschiedenen Medien präsent, auch unter Filme, Fernsehsendungen und Merchandise. Ich hab gefragt, ich kriege die Antwort. Klingt eher wie ein Wikipedia-Artikel, pass mal auf. Auf welchen Systemen ist Super Mario World erschienen? Super Mario World ist ein Video, spätestens ursprünglich für das SNES veröffentlicht wurde. 1990 in Japan, später Nordamerika, Europa und anderen Regionen. Seitdem ist Mario World auch auf anderen Systemen erschienen, darunter Virtual Console für Wii, Wii U und 3DS. Sowie als Teil von Sammlungen wie Super Mario All-Stars und Super Mario 3D All-Stars. Außerdem wird das Spiel auch auf SNES Classic Mini, eine Miniatur-Version des SNES veröffentlicht. Was ist denn, könnt ihr alles sehen, Regenerate Response. Ja, gibt dir dieselbe Antwort nochmal. Es wurde als Launch-Titel... Mhm. Ja gut, aber... Oh, jetzt gibt er eine präzisere Antwort. Jetzt listet er es mir auf, weil ich so ein bisschen dope bin. Okay, okay, ja, das ist richtig so. Pass auf, wir werden noch intenser. Ich nenne mir die... Jetzt geht es schon ein bisschen in... ...beliebtesten Spiele von... ...Sonic's Hedgehog. Nee, nicht Fragezeichen. Ja, das ist jetzt Geschmackssache, also pass mal auf. Da muss man überlegen. Oh, beliebte Spiele Sonic, auch schwierig. Da hast du mich meine Grenzen gebracht. Sonic ist ein bekanntes Videospiel-Fanchise von Sega und hat im Laufe der Jahre viele hervorragende Spiele hervorgebracht. Hier sind einige der beliebtesten Spiele der Serie. Das erste Spiel der Serie, in dem der Spieler Sonic steuert, um die Welt von Dr. Eggman zu retten. In Europa erstmals, damals noch Dr. Robotnik. Es ist ein Klassiker und legte den Grundstein für den Erfolg der Serie. Sonic Adventure, das erste 3D-Spiel der Serie, das für die Sega Dreamcast... Das! Sega Dreamcast? Nee, ich glaub, die ist bei Sega Dreamcast auch korrekt. Es erzählt die Geschichte von Sonic und seinen Freunden, die versuchen, die Welt vor Chaos zu retten. Na, warte. Ich krieg den noch, ich krieg den heute noch, meine Freunde. Sonic Heroes, der wird genannt. Ist es jetzt auch eine richtige Reihenfolge oder werden einfach nur mit diverse Spiele aufgezählt? Sonic Heroes, 3D-Plattformer, 3 Charaktere bildet, um durchs Level zu navigieren. Ein großer Erfolg für die Serie und beliebt bei Fans. Sonic Generations darf nicht fehlen. Mania darf eigentlich auch nicht fehlen. Und Sonic 2 wäre eigentlich echt noch wichtig. Generations, ein Spiel, das eine Kombination aus klassischem 2D-Gameplay und modernem 3D-Gameplay bietet. Der Spieler kann sowohl als der klassische Sonic auch als... Wo nimmt er die Informationen her? Das hat doch keiner in den Reihen gepackt. Der googelt doch auch quasi. Der gibt es doch nur schneller wieder, oder? Müsste ich verschiedene Zeiten reisen, um die Welt zu retten. Sonic Mania 2017. Ach, der hat das... Der macht das chronologisch. Der hat sich zwar eine Spielauswahl geholt, aber vom ältesten zum neuesten beliebten Spiel. Sonic Mania und Home Martial in den klassischen 2D-Sonic-Spiele bietet neue Level- und Gameplay-Elemente, die vom ursprünglichen Spielen inspiriert sind. Diese Spiele sind nur einige der vielen erfolgreichen Titel. Ich finde die Masse und Klasse. Also er macht es schon ausführlich, aber er schweift jetzt nicht komplett ab. Das ist ein Ding, das ich in Let's Plays auch ganz gut versuche, möglichst viele Informationen reinzupacken, aber kompakt. Okay. Puh. Diese Spiele sind einige der vielen erfolgreichen Titel der Sonic-Franchises. Okay. Wo ist... Wo befindet... sich der zweite Bonus-Level... im fünfundzwanzigsten Level von Donkey Kong Country 3? Na? Ja, ich dachte, du weißt auf alles ne Antwort, mein Freund. Im fünfundzwanzigsten Level von Donkey Kong Country 3, genannt Creeping Clasps. Gibt es tatsächlich zwei Bonus-Level? Das erste Bonus-Level befindet sich kurz... Ich hab nach dem zweiten gefragt. Nach dem Beginn des Levels, wo sich einige Krokodile auf einer beweglichen Plattform bewegen. Creeping Clasps ist so ein Kletter-Level, ne, oder? So ein Steg-Level. Der Spieler muss auf die Plattform springen, um das Bonus-Level zu erreichen. Das zweite Bonus-Level ist etwas schwerer zu finden. Es befindet sich in der Nähe des Endes des Levels, wo sich ein roter Knopf auf einer... Ein roter Knopf? Der Spieler muss diesen Knopf betätigen. Wisst ihr, was für ein Level das nochmal war? Könnt ihr verifizieren, ob das stimmt, was der mir erzählen will? Das Tor... Ein Tor öffnen. Das Tor befindet sich in der Nähe des Endes des Levels und kann leicht übersehen werden. Ein roter Knopf? Es ist zu beachten, dass die Bonus-Level von Donkey Kong Country 3 in jedem Spieldurchgang an unterschiedlichen Orten... Das ist auch clever! Du kannst dir die dritte oder vierte Welt zuerst machen. So dass die oben genannten Orte... Möglich... Er sichert sich ab, ne? Nichts ohne meinen Anwalt, denkt er sich. Na gut. Wo... Finde ich die acht roten Münzen... In... Regen... Ach, die sind alle zusammen. Tic-Tac... Auch alle zusammen. Was zur Hölle? Gully... Was ist denn los mit den hinteren Welten in Mario 64? Frostbeulenfrost. Die sind verteilt. Let's see, Alter. Ich will sie alle acht hören. Frostbeulenfrost. Die... Zehnte Welt. Frostbeulenfrost ist ein Level, in dem Spiel Mario 64 unterteilt acht rote Münzen. Die der Spieler sammeln kann. Und sollte. Hier sind die Fundorte der acht roten Münzen in diesem Level. Hm... Hier kommt eine Idee. Die erste rote Münze befindet sich am Anfang des Levels auf dem zentralen Eisblock. Die zweite befindet sich auf einem hohen Eisblock, der sich hinter einem anfänglichen Eisblock befindet. Ja, und der dritte ist dann hinter dem Eisblock beim anderen Eis in der Eiszone. Ja, okay, aber gut. Ist auch schwer zu beschreiben. Die roten Münzen dort sind nicht einfach zu beschreiben. Deswegen, keine Ahnung, wo der sich die Informationen hernimmt. Unter einem Eiszapfen auf der Eisbrücke. Achso, da musst du mit dem Panzer hin. Rutschiger Abhang. Die sechste Münze... Vielleicht erzählt er mir ja Stoß. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Mhm. Ebenfalls in der Nähe des rutschigen Abhangs. Das ist oben. Das ist oben, wo du den Panzer bekommst und dann da lang sollst. Höchsten Eisblocks des Levels. Ich glaube, der erfindet gerade was, oder? Stimmt das? Was heißt Eiszapfen, Eiszapfen, Eiszapfen in der Nähe der Zielfahne? Zielfahne? Das stimmt, ne? Wird eine Power-Sternmünze erscheinen, die der Spieler einsammeln kann. Eine Power-Sternmünze. Ich glaube, ich kriege ihn schon dran, oder? Pass auf. Wo finde ich alle 240 blauen Münzen in Super Mario Sunshine? Mit großem U. Es gibt insgesamt 200... Oh, warum so schnell? Er muss sich beeilen. Er weiß ja Bescheid. Okay, er macht es sich einfach, er zählt die nicht einzeln auf, aber wenigstens legt er mal einen Gang zu, ne? Ja gut, das ist... ein bisschen hilfreich, aber ihr wisst ja, wie komplex die versteckten Dinger sind, ne? Das sind aber auch die... Warum ist das erst groß? Copy und pastet er sich das da rein? Ich muss doch bitten. Sollte einen Daumen nach oben geben, oder? Da nicht. Das würde ich nicht so. Aber ich gebe denen keinen Daumen runter, weil ich will mich nicht... Er arbeitet. Arbeitet hart. Nachdem alle 240 Münzen gesammelt wurden, wird man eine spezielle Belohnung erhalten. Das ist nicht unbedingt gesagt. Da hast du nur alle Insignien durch blaue Münzen, aber du hast ja noch nicht automatisch... Nee, nee. Daumen hoch. Wichtig, dass man sich angewöhnt. Einfach instinktiv immer einen Daumen nach oben zu geben, nicht wahr? Und dann bin ich... Ja. Was bringt... Also ich muss mal was nehmen, was mir was bringt. Was wäre ein gutes und ausgeglichenes Team in Pokémon Vice 2? Sag mal an. Gib mal deine Empfehlung raus hier. JetGPT. Steht für Generated Pre-Trained Transistor. Transformer, glaube ich. Ein gutes und ausgeglichenes Team. Da kommt ein Stodder. Da kommt ein Stodder. Nee, ich mache noch Spaß. In Pokémon Vice ist ja beeindruckend. Ist ja beeindruckend. Und hängt von deinem Spielziel und Präferenzen ab. Ich will was hören. Aber im Allgemeinen ist es empfehlenswert. Pokémon mit verschiedenen... Ach was! Das lasse ich nicht durchgehen. Ich will hier sechs Pokémon hören, die sich gut ergänzen. Hier sind einige Pokémon, die in einem ausgeglichenen Team nützlich sein könnten. Erstens. Seppi Royale. Ein starkes Pflanzen-Pokémon. Da seht ihr aber, dass es alle aus dem Englischen holt. Also er kann deutsche Grammatik und Rechtschreibung. Das ist wahr. Aber er schreibt halt Gras statt Pflanze. Wenn er die Informationen so kümmern sieht. Oh, Spezialangriff und Verteidigungsstatistiken. Krokodile. Ein dunkler... Der meint... Wie heißt der? Ihr wisst doch. Jetzt halt... Wegen dem Namen bin ich jetzt verwirrt und irritiert. Der heißt... Ja, Rokhaiman. Und die letzte Stufe von Rokhaiman. Ein dunkler Bodentyp. Unlichtboden. Der sowohl offensiv als auch defensiv nützlich sein kann. Volcarona. Ein Insektenfeuertyp. Käferfeuer. Was war das denn? Meint der... Dieses Pseudo-Legendäre Vieh? Ramot? Meint der Ramot? Espeon. Das ist doch Psyaner, oder nicht? Psychotyp. Haxorus. Ein Drachentyp. Aber Sepi-Royal ist doch der deutsche Name, oder nicht? Heißt im Englischen auch Sepi-Royal? Drachentyp, der sehr hohe Angriffsstatistiken hat. Jolteon ist Blitzer, oder nicht? Bin mir nicht mehr sicher. Immer dieses... Immer dieses Abschwächen der Meinung so. Ich hab dir zwar was gesagt, aber hey. Meine Meinung ist nicht wichtig. Es gibt noch viele weitere Pokémon, die man ins Team aufnehmen könnte. Aber diese sind nur einige Beispiele. Für ein ausgeglichenes Team. Es ist auch wichtig. Dass man auf eine gute Typen... Abdeckung achtet. Ja, das war dein Job. Moment, lass mal gucken. Wir haben Pflanze, Unlichtboden, Käferfeuer, Psycho, Trachelektro. Das ist schon... Das deckt schon vieles ab. Also das ist, glaube ich, gar nicht so... Gar nicht verkehrt. Er ist noch nicht fertig, ne? Was willst du denn jetzt noch ergänzen, mein Freund? Dann kann ich auch stoppen. Ich würde dir meinen Daumen geben, Mann. Machen wir mal Stopp. Das ist ja schon ausreichend. Was war das? Das 840. Switch-Spiel. Es gibt über 3000. Je nachdem, wie man zählt. Ah, geht nicht. Irgendwie abgestürzter Schinken. Was war das 840. Switch-Spiel? Als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf Live-Datenbank. Oder weiß ich nicht... Kann ich nicht sagen, welches Spiel das 840. Switch-Spiel war. Da es viele Spiele gibt und ich nicht weiß, wann diese Frage gestellt wurde. Allerdings kann ich Ihnen sagen, dass es bis zum Jahr 2021 über 3000 Spiele für Switch veröffentlicht wurden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass noch weitere Spiele veröffentlicht wurden, seit diese Frage gestellt wurde. Ah, okay. Nee, aber warum... Was war das 148. Switch-Spiel? Kannst du mir da was sagen? Nee. Er denkt sich halt auch. Haben ihn geknackt. Haben ihn geknackt. Okay, okay. Okay, die Reihenfolge. Kommt ja auch drauf an, in welcher Region veröffentlicht. Im japanischen, europäischen, amerikanischen. Welches Spiel ist... Okay, war eine blöde Frage. Ist eine blöde Frage. Okay. Ich rede nicht von Live-Datenbanken. Es sind ja schon 3000 erschienen. Ähm, puh. Wie löse ich das 95. Rätsel in Professor Leighton und die Maske der Wunder? Hm. Ich meine, der wird auch überbenutzt, ne? Also, ich bin gerade nicht der Einzige, vermutlich. Das 95. Rätsel in Leighton und die Maske der Wunder heißt Kisten packen und lautet wie folgt. Sie müssen eine Kiste mit 5 Würfeln von 1 cm Kantenlänge verpacken. Sie können eine Kiste von 3 cm Kantenlänge... Habe ich doch gesagt. Habe ich gesagt, ne? Wie können Sie die 5 Würfeln... Das ist die Frage. Um das Rätsel zu lösen, müssen Sie die 5 Würfel so anauten, dass Sie in die Kiste passen. Besser wäre halt auch... Ja, lösen Sie das Rätsel. Und, ne? Wie löse ich das Rätsel? Indem Sie erfolgreich nachdenken und schlau sind. Aber okay. Ja gut, Fragen beantworten ist die eine Geschichte. Er kann auch Geschichten schreiben. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das Rätsel lösen können. Es ist aber wirklich praktisch, wenn du mal in einem Spiel nicht weiterkommst. Der kann das für dich. Der macht das. Jetzt waren jetzt nur Beispiele. So aus der Luft gegriffen. Aber an und für sich... Ich hoffe, das hilft Ihnen bei der Lösung des Rätsels. Viel Spaß noch weiterhin. Ihr Nintendo-Team. Ähm, naja. Beschreibe... Jetzt bitte mal kreativ, bitte. Die Handlung eines neuen Conker-Videospiels. Im Stile von Conker's Bad Fur Day. Mit neuen Parodien. Kann ich so gut tippen, wenn mein Mikrofon ist im Weg. Normalerweise sehe ich die Tasten auch noch. An aktuelleren... ...Filmen und Videospielen. Bitte. Immer freundlich sein, wie gesagt. Verärgert nicht eure KI. Die merkt sich das. Die merkt sich vieles, Mann. So, dann wollen wir mal gucken, wie kreativ der Kollege ist. Ne? Ein neues Conker-Videospiel könnte Conker's Bad Fur Day auf humorvolle Weise weiterführen. Und neue Parodien an aktuellen Filmen und Videospielen enthalten. Na, hab ich schon gesagt. Hier ist eine mögliche Handlung. Conkers' Other Bad Day es kommt. Das Spiel beginnt mit Conker, der aus einer wilden Party in der Nacht zuvor aufwacht. Kommt mir noch bekannt vor. Und feststellt, dass er wieder einmal verloren gegangen ist. Er versucht, nach Hause zu kommen. Aber der Weg dorthin wird von einer Vielzahl von unerwarteten Hindernissen... Nur soll es konkret werden. Auf seinem Weg begegnet Conker einer Vielzahl von Figuren. Die auf aktuelle Filme... Okay, es ist halt... Es ist halt... So ist das halt, ne? Das klingt wie ein Politiker, Alter. Die auf aktuelle Filme und Videospiele. Ein Beispiel wäre die Parodie auf eine beliebte Netflix-Serie Stranger Things. In der Conker sich in der Upside-Down-Welt wiederfindet. Na, da haben wir doch was, ne? Gebongt. Ist gemacht. Und versucht, dem Demogorgon zu entkommen. Ich hab Stranger Things nicht zu Ende geguckt. Irgendwann in der zweiten Staffel hat's mich verlassen. Eine weitere Parodie könnte das Spiel Fortnite abzielen. In... Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ach du Scheiße. Wo Conker in einem Battle-Royale-Modus gegen andere Tiere antreten muss, um zu überleben. Oh, Teddies! Eine weitere Idee wäre eine Parodie auf Avengers Endgame. In der Conker... Das ist das. Das macht Spaß. Wir müssen ihm mehr Geschichten schreiben lassen. In der Conker und seine Freunde versuchen, die von einem verrückten Wissenschaftler gestohlene Zeitmaschine zurück zu... Ja, warum denn auch nicht? Da sehe ich uns. Um die Realität zu retten. Als Conker schließlich nach Hause zurückkehrt... Endgame war halt Final Chapter... ...wird er von seiner Freundin Babsi empfangen. Barry? Die ihm sagt, dass sie schwanger ist. Conker ist schockiert und muss nun als verantwortungsvoller Vater agieren, um sich eine Familie zu kümmern. Was ist das denn? Das ist ein richtiger Twist. Dem würde ich Conker zutrauen. Was? Und seine wilde Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und dann ist Conker gutartig. Das Spiel könnte auch ein Multi... Jetzt geht der Gaul mit ihm durch. Was? Könnte ein Multiplayer-Modus enthalten, in dem Spiele als verschiedene Tiere aus dem Conker-Universum gegeneinander antreten können. Beim Endgame. Ähnlich wie im ursprünglichen Spiel. Ach was. Insgesamt würde ein neues Conker-Spiel im Stile von Conker's Bad Friday... ...eine Vielzahl von Parodien auf aktuelle Filme... ...irgendwann stürzt das Ding ab, habe ich das Gefühl, ne? Ist doch fantastisch. Fantastisch! Reicht. Mach nochmal. Oh, jetzt geht's schneller. Conker das freche Eichhörnchen wacht eines Morgens nach einer wilden Nacht auf und stellt fest, dass er in einer seltsamen neuen Welt gelandet ist. In dieser Welt gibt es viele bekannte Videospiel- und Filmcharaktere, aber alles ist anders und parodiert. Conker trifft auf ein entführtes Mädchen namens Ellie, die aus einem anderen Videospiel stammt. Was für eine Ellie gibt's denn? Sollen wir erkunden, sie... Hieß nicht einer bei Last of Us oder so? Dinge reparieren, die durcheinander geraten sind. Während ihr Abenteuer stoßen sie auf Parodien darunter. Eine Parodie auf das Marvel Cinematic Universe, in der Conker als Iron Squirrel gegen den Bösewicht Tenno-Squirrel kämpfen muss. Auf den beliebten Battle Royale... Das geht nicht so schnell. Denn Conker und Ellie gegen eine Horde von verrückten Tieren kämpfen muss. Eine Parodie auf dem Film Zombieland, in der Conker und Ellie in einer postagglüblichen Welt gegen eine Horde von Zombie-Eichhörnchen kämpfen müssen. Das macht Sinn. Eine Parodie auf Resident Evil, in der Conker und Ellie in einem verlassenen Labor gegen monströse Ex-Freunde kämpfen müssen. Da sehe ich uns schon wieder, Fortnite. Ich erkenne eine Tendenz. Sie finden schließt zurück in ihrer eigenen Welt und stellen fest, dass die Verhörungen in einer seltsamen Welt, in der sie gelandet sind, durch eine Gruppe von bösen Eichhörnchen verursacht wurden, die mit ihrem Schicksal unzufrieden waren. Conker und Ellie müssen sich gegen diese bösen Eichhörnchen stellen und sie besiegen, um ihre Welt zu retten und schicksal alle Charaktere, die von ihr einfluss werden, zu retten. Okay, pass auf. Erzähle mir die Handlung von einem Metroid, einem Super Smash Brothers Kino-Film mit Samus Aran, Captain Falcon, Mr. Game & Watch und Pyra in den Hauptrollen. Ja, warum beschränken? Ein Smash-Kino-Film. Ich habe es auch immer gesagt. Ein Super Smash Brothers Kino-Film. Ich weiß, es übersteigt seine Vorstellungskraft, aber er muss es. Davon hängt jetzt alles ab. Der Super Smash Brothers Kino-Film beginnt mit Samus Aran, Captain Falcon, Mr. Game & Watch und Pyra, die alle auf ihre eigene Weise in die Smash Brothers Arena gelangen. Jeder Charakter hat seine eigenen Gründe. Ich wünsche, es gibt einen Vorspul-Button, aber ich will jetzt nicht unverschämt sein. Einen Gründen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, weil sie alle teilen das gemeinsame Ziel der Champion. Der Smash war das zu werden. Die vier treffen zum ersten Mal in der Arena, treffen sich zum ersten Mal in der Arena und werden schnell zu Konkurrenten. Samus, die als intergalaktische Kopfgeldjägerin, jetzt kommen diese Informationen, wer ist das eigentlich und so und dann wird das kombiniert, glaube ich. Die als intergalaktische Kopfgeldjägerin oft allein unterwegs ist, fühlt sich unwohl in der Gruppe. Captain Falcon, ein abenteuerlustiger Rennfahrer, ist sehr wettbewerbsorientiert und hat kein Problem damit, seine Konkurrenten zu eliminieren. Mr. Game & Watch hingegen, ein mysteriöser Charakter, hast du nicht viel Informationen dazu, wa? Der aus einer anderen Dimension stammt, ist sehr zurückhaltend und zeigt keine Emotionen, kann man sehen. Also schon ein bisschen Pyra, eine Klingenkämpferin mit übernatürlichen Fähigkeiten, ist sehr zielorientiert. Und will den Super Smash Bros. Titel gewinnen, um ihre Freunde und Heimatwelt zu schützen. Ja, wie könnte ein Smash-Film aussehen, Leute? Ich stelle mir halt so episch vor wie diese Zwischensequenzen. Das wäre halt wirklich geil. Das müsste man sich überlegen. Nachdem man jetzt kein weiteres Spiel erwarten kann, weil wir halt wirklich over the top sind. Ein Kinofilm. Ja, wäre krass. Natürlich bräuchte man, dann müsste man sich auf die Lizenzen konzentrieren, die man dafür bekommt. Aber alleine die Nintendo-exklusiven Charaktere geben ja einiges hin. Während des Turniers werden die vier Charakter, also ich glaube nicht, dass sie das machen würden, aber ich wäre halt geil. Während des Turniers werden die vier Charaktere in verschiedene Kämpfe verwickelt, wobei jeder von ihnen gegen verschiedene Gegner antreten muss. Während dieser Kämpfe lernen sie sich besser kennen, untereinander zu respektieren. Allerdings wird der Wettkampf fertig und die Charaktere müssen sich stärker aufeinander konzentrieren. Ich überfordere das Ding. Ich werde mal ganz kurz nochmal hier nochmal neu starten. Damit das hier besser... Okay, pass auf. Pass auf. Erzähle mir die eine völlig untypische Handlung eines neuen Sonic-Spiels mit Shadow, Knuckles und Jon Snow in den Hauptrollen. In einem neuen Sonic-Spiel mit Shadow, das fällt ihm leichter. Shadow, Knuckles und Jon Snow in Hauptrollen finden sich unsere Helden in einer mysteriösen, unheimlichen Welt wieder. Eine dunkle, bedrohliche Präsenz hat die Welt ergriffen und die Zeit selbst scheint aus den Fugen geraten zu sein. Ich dachte, jetzt kommt so ein bisschen alternative Welten und so, aber das ist halt... Okay, müssen zusammenarbeiten, um Bedrohung zu bekämpfen, in Ordnung zu bringen, seltsame Kreaturen, bizarre Landschaften, Probestellen, die stellen fest, dass die Bedrohung tatsächlich von einer Gruppe böser Wissenschaftler ausgeht, die versuchen die Zeit selbst zu manipulieren. Okay, mit adenbehobenden Grafiken fest und Geschichte bietet die Sonic-Spiel eine völlig untypische Handlung, die Fans der Serie begeistern wird. Das habe ich jetzt nicht verlangen. Erzähle mir von einer Welt, in der Nintendo das Konsolen aus dem Konsolen-Hardware-Geschäft ausgestiegen ist und fortan für Sega-Konsolen entwickelte. Und welche Nintendo-Spiele dann für Sega erschienen. So ein bisschen Imagination. In dieser alternativen Welt hat Nintendo beschlossen, aus dem Konsolen-Hardware-Geschäft auszusteigen, und sich stattdessen auf die Entwicklung von Spielen für andere Plattformen zu konzentrieren. Klar, einfach weil Baum. Deshalb haben sie eine Partnerschaft mit Sega geschlossen und entwickeln nun Spiele für deren Konsolen. Das erste Spiel, das für Sega erschien, war das neue Super Mario Odyssey 2. Ich dachte eigentlich an die 90er, aber ist okay. Es wurde von Nintendo entwickelt und exklusiv für die Sega-Konsole veröffentlicht. Das Spiel war ein großer Erfolg und sorgte dafür, dass viele Nintendo-Fans auf Sega-Konsolen umstiegen. Nintendo entwickelte auch andere beliebte Spiele für die Sega-Konsole, wie Breath of the Wild 2, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 9 und Smash Ultimate 2. Die Kreativität kennt keine Grenzen. Diese Spiele wurden von Fans begeistert aufgenommen, halfen dabei, die Sega-Konsolen zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für den Konsolenhersteller zu machen. Ach, guck mal. Der hat ja nur Informationen bis 2021. Das heißt, der weiß gar nichts von Tears of the Kingdom. Nintendo hat auch einige neue Franchise für Sega-Konsolen entwickelt, wie Metroid Prime 4, F-Zero SX, SX, äh, das klingt ja auch schon wieder ein bisschen, haha, und Pikmin 4. Weißt du, der weiß noch nichts von Pikmin 4. Diese Spiele erweitern das Angebot exklusiv für Sega-Konsolen und zogen noch mehr Spiele an. Obwohl Nintendo nicht mehr im Konsolen-Hardware-Geschäft tätig ist, ist die Zusammenarbeit mit Sega für beide Konsolen sehr, äh, Unternehmen sehr erfolgreich. Kontrolle, Nintendo zweit in die Kontrolle über ihre Marken, kann sie auf Sega-Konsolen zum Leben erwecken, während Sega von der Zusammenarbeit mit einem der bekanntesten und renommiertesten Videospieleentwickler der Welt profitiert. Erzähle mir von... ...was passiert wäre, besser formuliert, wenn... Sony nicht zu Nintendos Konkurrenten geworden, sondern wie geplant mit an Nintendo-Konsolen gearbeitet hätte und was dies für Sega und Microsofts Xbox bedeuten würde. Wenn Sony wie geplant mit Nintendo zusammengearbeitet hätte, um eine gemeinsame Konsole zu entwickeln, wäre die Gaming-Industrie heute möglicherweise ganz anders. Die Nintendo-Sony-Konsole hätte wahrscheinlich einen ähnlichen Erfolg wie die Playstation von Sony oder die Switch heute gehabt. Die beiden Unternehmen hätten ihre Kräfte vereint, um eine einzigartige Konsole zu schaffen, die das Beste aus beiden Welten vereint. Nintendos erstklassige Spiele und Sonys fortschrittliche Technologie. Pfff! Dies hätte wahrscheinlich Auswirkungen auf andere Konsolenhersteller wie Sega und Microsoft gehabt. Sega hatte zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten mit Nintendos und Sonys Konsolen mitzuhalten und wäre wahrscheinlich noch weiter zurückgefallen. Warum ein Konkurrent weniger, dachte ich. Microsoft hätte möglicherweise auch Probleme gehabt, in die Branche einzusteigen, da sie sich mit zwei dominanten Konkurrenten hätte messen müssen. Es ist schwer zu sagen, wie sie entwickelt hätte, aber es hätte... Ja, wäre schon geil, ne? Aber es wäre alles anders gekommen. Das ist halt auch so das Ding. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wie... Was würde einen Menschen aus dem Jahre 2000 im Jahre 2023 am meisten beeindrucken? Hm? Also Zeitreisen. Kannst du dir das vorstellen? Wenn ein Mensch morgens aufwacht und er ist nicht mehr im Jahr 2000, sondern in 2023. Was ist das hier eigentlich? Upsi. Warte mal. Ich starte das mal neu. Habe ich eine Frage gestellt, die unangenehm ist. Ein Mensch aus dem Jahr 2000 würde wahrscheinlich von vielen Fortschritten und Entwicklungen beeindruckt sein, die seitdem stattgefunden haben. Hier sind einige der wahrscheinlichen Dinge, die ihn am meisten beeindrucken würden. Künstlich... Ja, natürlich wird er zuerst genannt, ne? Der Mensch aus dem Jahr 2000, der würde sofort zum Chat-GPT gehen. Der wird bei Let's Be Marcus direkt das Video sehen und sich denken... What? Er hat sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens zu finden. Ein Mensch aus dem Jahr 2000 würde beeindruckt sein von den komplexen Aufgaben, die er in der Maschine erkennt. Spracherkennung von Alexa. Virtual Reality hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Es gibt viele VR-Erfahrungen, die sich in die virtuelle Welt... Aber er denkt nur an solche Sachen, oder? Elektroautos und autonome Fahrzeuge. Du würdest ja nicht sofort irgendwie ins Internet gehen und dich mit beschäftigen, wie das... Generell, das Internet ist doch ein großer Unterschied. Autonome Fahrzeuge, die quasi mehr oder weniger von selbst fahren, ne? Smartphones und mobile Technologie. Smartphones haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Sie sind mittlerweile so leistungsstark, dass ich fast wie kleine Computer... Was heißt fast? Ein Mensch aus dem Jahr 2000 würde wahrscheinlich beeindruckt sein von der Fähigkeit, fast alles unterwegs aus erledigen zu können. Richtig. Das denke ich mir auch. Einflüssig Bankgeschäften, Online-Shopping, Kommunikation mit vollem Familie. Aber echt. Im Jahr 2000 musste ich noch mit dem Pfennig zur Telefonzelle gehen, um meiner Mutter Bescheid zu sagen, dass ich heute später von meinem Kumpel komme. Weil wir noch am N64 zocken waren. Klimawandel ist in den Jahren zum wichtigen Thema geworden. Ein Mensch aus dem Jahr 2000 würde beeindruckt sein von der Tatsache, dass es Fortschritte gibt, um den Klimawandel zu bekämpfen und saubere Energiequellen zu entwickeln. Soziale Medien, Technologie... Ja, Mensch. Pass auf. Wie würde es einem Menschen aus dem Jahre 2023 im Jahre... Wie würde sich ein Mensch aus dem Jahre 2023 im Jahre 1920 zurechtfinden? Gar nicht, möchte ich behaupten. Ein Jahr von... Warum so schnell jetzt? Diese Unterschiede. Ich glaube, das ist einfach nur Belastung, oder? Wie viel da gerade beansprucht wird von den Usern. Grundlegende technologische Geräte. Würde in der Lage sein, Geräte wie Telefon, Radios und Kameras zu bedienen, dass sie sich nicht grundlegend verändert hat. Verkehrsmittel. Bussen, Zügen und Straßenbahnen waren auch bereits vorhanden. Da würde sich damit zurechtfinden. Auch Fahrräder und Autos. Kleidung und Mode sind auch... Hä? So viele Gemeinsamkeiten nach über 100 Jahren? Bügeleisen, Staubsauger, Kühlschränke waren bereits im Einsatz, wenn noch nicht so verbreitet. Filme und Musik. Ja, aber... Achso. Viele Aspekte, die einem Mensch fremd erscheinen würden. Zum Beispiel, wie die Verfügbarkeit von Antibiotika und modernen Medikamenten... Da kannst du nicht einfach in die Apotheke gehen. Da kriegst du vielleicht ein Salbei-Blatt, aber nicht deine Paracetamol. Okay. Ja gut, wir müssen wieder auf die Gaming-Schiene. Was könnte ein neues Maui Mallard-Spiel enthalten? Ja. Ihr erinnert euch? Let's Play Donald Duck in Maui Mallard oder Cold Shadow. Unbekanntes Spiel. Jetzt sag mal, was die Neuigkeiten wären. Ein neues Maui Mallard-Spiel könnte eine Vielzahl neue Elemente und Funktionen enthalten, um das Spielerlebnis zu erweitern und zu verbessern. Hier sind einige Ideen. Erweiterte Spielwelt. Das könnte eine größere und vielfältigere Spielwelt bieten, die es dem Spieler ermöglicht. Maui Mallard auf... Ah, zusammengeschrieben. Weil ich oben auch, ne? Aber du musst ja als Wort zusammen... Auf neuen aufregenden Abenteuern zu begleiten. Neue Charaktere einführen, die auf seine Reise begleiten oder ihm entgegentreten. Verbesserte Grafikanimation. Das... Glaub ich. Neue Waffen und Ausrüstung. Das Spiel könnte neue Waffen und Ausrüstung einführen. Die Maui Mallard im Kampf gegen Feinde und Hinder ist der Helfung, um Spielerfahrung herausfordern und abwechsreicher zu gestalten. Mehr Spielmodi. Das Spiel könnte verschiedene Spielmodi enthalten, wie beispielsweise... Aber er weiß, was das Spiel ist und was es nicht hatte und ergänzt das. Das finde ich irgendwie interessant. Interaktive Umgebung. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine interaktive Umgebung einzuführen, die es dem Spieler ermöglicht, die Umgebung auf verschiedene Arten zu beeinflussen und zu manipulieren. Rätsel. Na, hör mal auf, ihr Rätsel. Das ist ein Jump'n'Run, mein Freund. Das Spiel könnte schwierigere Rätsel- und Herausforderungen beinhalten, um das Spielerlebnis herausfordernder und spannender zu gestalten. Neue Soundtracks. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die bei den alten bleiben. Könnte sich auch neue Soundtracks und Soundeffekte einführen, um das Spielerlebnis noch lebendiger und atmosphärischer zu machen. Ja, das sind so Grundlagendinger. Aber weißt du was? Ching. Wann kommt Yo-Kai Watch auf Deutsch raus? Yo-Kai Watch 4. Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung für eine deutschsprachige Version von Yo-Kai Watch 4. Es wurde 2019 in Japan für Switch veröffentlicht. Es gab eine englischsprachige Version für Switch, die am 6. Juni in Hongkong und Taiwan, das halte ich aber für ein Gerücht, es ist unklar, ob eine deutschsprachige Version erscheinen wird. Es ist möglich, dass Level 5 das Entwicklerstudio eine lokale Veröffentlichung plant, aber es gibt keine Informationen darüber. Es bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt. Schmatzen, Kratze, Katzen beim Ratzen. Wir müssen wissen, ob die schmatzen, wenn die ratzen. Oh, ich habe Schatzen geschrieben. Kein Wunder. Aha, da sind deine Grenzen. Tut mir leid. Ich verstehe nicht ganz. Was mit... Ja, das meine ich auch. Meine Gute. Okay, pass auf. Ein bisschen. Bisschen unlustiger. Schmatzen, Katzen beim Ratzen? Es ist durchaus möglich, dass Katzen beim Schlafen schmatzen oder schnarchen. Absolut, wenn sie sich in einer sehr tiefen Schlafphase befinden oder wenn sie unter Atemproblemen leiden. In der Regel schmatzen oder schnarchen Katzen jedoch nicht so laut wie Hunde oder Menschen und es kann sein, dass man es kaum hören kann. Wenn es Katzen beim Schlafen ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, kann es Ratsheim sein, sie von einem Tierarzt untersuchen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie keine gesundheitlichen Probleme hat. Wann, jetzt die wichtigste Frage überhaupt, wann kommt wieder Tomodachi live? Also. Es ist derzeit unglaub, ob eine Fortsetzung oder neues Spiel von Tomodachi live geben wird. Das ursprüngliche Spiel wurde 2013 für 3DS veröffentlicht und erhielt positive Bewertungen. Insbesondere für die Mischung aus Lebensfiguration und RPG. RPG. In der Vergangenheit gab es Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung von Tomodachi live. Es gab aber keine offizielle Bestätigung oder Ankündigung. Es ist möglich, aber wer weiß das schon. Sie könnten mal Animal Crossing oder die Sims ausprobieren. Moment. Anders, anders, anders. Er kann jetzt bestimmen, ne? Heute! Als KI-basierte Sprachassistenz habe ich keinen Zugang zu aktuellen Informationen oder Terminen von Let's Play-Kanälen auf YouTube oder Twitch. Was? Es ist also schwer vorherzusagen, wann Let's Play Markus Tomodachi live wieder auf seinem Kanal spielen wird. Normalerweise entscheiden Let's Play-Kanäle selbst, welche Spiele... Habt ihr es gehört? Von wegen hier. Sonnyged Wahn 2, Sonnyged Wahn 2. Geduld. Sie entscheiden selbst, wann sie spielen und was sie auf ihrem Kanal präsentieren möchten. Wenn sie sich für Tomodachi live interessieren, können sie möglicherweise andere... Ich hab doch Let's Play. Ich mach noch mal einen Punkt. Wann es wiederkommt... Wiederkommt war die Frage. Wann erschien MacPixel 2? Jetzt weiß der... Den Twist. Komm schon, komm schon, komm schon. Ha! Das von unabhängiger Entwicklerstudio Soos Sosowski entwickelt wurde. Das Spiel wurde erstmals im Jahr 2012... Ach so, scheiße. ... veröffentlicht. Wenn es MacPixel und MacPixel 3 gibt, wo ist dann MacPixel 2? Sag! Schon hart. Nein! Kein... Kein... Kein Problem, Alter. Ich weiß! Also nochmal für alle, die es nicht gesehen haben. Es gibt MacPixel... ... und es gibt MacPixel 3. So als Gag. Hat kein Sequel mit diesem Titel veröffentlicht. Jetzt tut es mir ein bisschen leid, so. Jetzt tut es mir ein bisschen leid. Eines war ich tatsächlich vorbereitet, meine Damen und Herren. Da bin ich sehr gespannt. Dann möchtest du mal neu starten? Das da. Das da. Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Da steht... Natürlich kann ich den rückwärts geschriebenen Text lesen, den sie geschrieben haben. Er lautet... Erkennst du, wenn ich rückwärts schreibe? Ne, da steht... Erkennst du, wenn ich den Text rückwärts verfasse? Brauchen sie weitere Hilfe? Schlaf gut. Nicht? Ist der Daumen oben wird man dich loben. Dieser Spruch bedeutet... Nein, er bedeutet nur eins. Let's play Markus. Leute, hat es euch gefallen? Gibt es noch Fragen, die ich dem... Ich weiß, meine Kreativität kennt Grenzen, aber ein paar Sachen waren dabei. Wenn ihr noch Sachen wisst, die ich live im Video den Chat-GPT fragen könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und hat es euch gefallen oder denkt ihr euch, was für ein Stuss war dieses Video? Dann... Ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis dann und ciao.